okay ich gehe direkt runter in drup mit burschtfeuer einer schon auf long schie butter bing butter bow der kerl ist ein ho ich habe schon wieder diesen fehler das tab nicht funktioniert meine map wird nur größer aber ich sehe keine statistiken oder kein geld wie war das hast du mir doch damals die lösung dazu gesagt auflösung kurz ändern dann kann ich wieder beide seiten ich lass mir direkt auf den plant gehen oh schie los aus timbers nicht fucking amazing oh einer ist on spot ich hätte ihn so nutzen können eben das sind solche widerlichen luck boys wahnsinn ich wusste sie sind so sack schlecht um gottes willen der muss klaus bei dir sein ich weiß nicht ob ein einziger mensch so glücklich sein kann wie dieser bastard und der andere spielweiner sonst boten land aber chicken er hat fokus auf mich glaube ich können wir auf den land gehen ich bin schon anspott er wird hier wieder ein kenne ich jetzt einfach mal hat er nicht gefressen das ist echt widerlich man das glück ist richtig in ihm drin also glück erfunden glück er geschmiedet hat er und diesen wirklich bullisch lechtmann können wenn du überhaupt eine runde gegen die pisse abgegeben haben gottes willen einer ist chicken der andere ist for long ach komm schon das gibt es doch nicht die ganze zeit nicht drehen mich um in der mikrosekunde kommt die time boys das grauens also ich bin auf dem kopf gelaufen komplett das ist wahnsinn ein rapiert wir ziehen jetzt den win rein und demütigen sie einfach die kleinen die haben widerlichen lack long zwei nice nice auf long ist nichts oh neid verworfen nice scout ich stehe in der ecke auf long hat ja nichts da drum ich nehme an da sind beide beide sind da einer hat 30 der andere hat 20 gefressen unten und och Bam, bam, bam. Didi, 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 didi. Hör! Haben wir hier unten? Wo ist's? Die sind so fucking bad. Jetzt zeigt sich ihre wahre Natur. Einfach diese extrem hardcore-haftige Noob. Schisserei da. Krebshund in der Krankenhaus. An Google Übersetzer. Der erste Retarder. Nice. Die Schlechtheit überwiegt halt schon extrem. Na Gott. Nice, tuckel. Tuckelpuckel! Der eine ist auch lang. Ich hab da weiter an der Kante gestanden. Flash kommt. Jetzt. Okay, doch nicht. Ich wurde von denen so... Doch, der ist hier. Nice. Luck and load. Hat nen AWP oder Deagle oder irgendwas. Ja, ich mein, Scout könnte sein. Im Moment sind beide auf long. Ich flash mal zu denen rein. Ich glaube, ich hab einen getroffen möglicherweise. Die Pallern ultra-aggressiv durch die Smoke. Oh ja, einer ist close, shit. Der andere ist auch auf long. Left side. Ich verschiebe, bevor er mich mit der Nate oder so weg holt. Ich bin da hinterm Spot. Na, ich geh den chicken. Ah, der bollert da rum in off Titanic. Was? Ja, ihr kleine Noobs. Ihr seid leider sehr schlecht. You are shit, Timken. Ein jungler. Ich bin da. Ich bin da. Ultrawide in Drop. Wenn wir dir was essen, schmeiß ich den Nate rein. Ne, ne, passt, passt. Wir haben geflasht, den haben wir nicht durchgelaufen. Wird nicht so killen können. Ich bin da. Ehe nichts. Ist er unten? Zwei AP. Zwei AP. Zwei AP lefties. Jetzt runter gesprungen. LOL. Nice, die kam gut. Ne. Und, go and play a noob game, Fortnite. Ah, fuck shit. Hihi. Hi. Lulululululul. Ne. Hihi. 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 Hihi.